Jo Leute was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute mit dem Ultimate Lepic Build hatten sich einige gewünscht. Der ist ein alter Hut, habt ihr bestimmt schon tausendmal gesehen, aber vielleicht könnt ihr das ein oder andere hier nochmal mitnehmen. Ansonsten kriegt ihr hier einfach mal einen kleinen Build Guide auf Deutsch. Für all die den Build nicht kennen, ihr braucht dafür zwingend Ultimate Lepic, weil Ultimate Lepic nur als einziger diese rote Mod nutzen kann. Und die es essentiell ist, um diesen Build zu spielen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in die, ja in Showcase, was kann der Build überhaupt. Ich würde sagen, am coolsten ist es natürlich immer ein Verschlinger, weil er am einfachsten ist, aber letztendlich könnt ihr das eigentlich bei allen Bossen machen. Und da ist es eigentlich relativ easy, weil ihr nur zwei Attacken drücken müsst. Das ist einmal die zweite Attacke, da weiß ich nicht, was sie genau macht, da können wir gleich mal zusammen reingucken. Die stärkt einen auf jeden Fall. Und dann natürlich die vierte Attacke, die Ult, womit man mit diesen roten Bällen auf die Bosse drauf schießt und extrem, extrem, extremen Schaden verursacht. Ich bin jetzt hier gerade nur Level 28. Wenn ihr noch ein höheres Level habt und mehr Mana dann habt, weil zwölf Level sind, weiß ich nicht, ungefähr 50, 60, 70 Mana, dann könnt ihr noch ein, zwei, dreimal öfter schießen mit der Ult. Aber ja, ich zeige euch erstmal, wie das aussieht. Und alles, was ihr macht, ist jetzt quasi so schießen. Und wichtig ist, dass man schießen wirklich gedrückt hält und nicht immer wieder von dem Schussknopf abgeht, sondern wirklich, man muss schießen gedrückt halten. Wieso, erkläre ich euch gleich auch nochmal, wieso das wichtig ist. Und wieso ist das wichtig? Weil ihr auf der Waffe ein Modul tragt, das essentiell ist, auch für diesen Bild, scharfer Präzisionsschutz. Also es ist fast egal, welche Waffe ihr nutzt. Ich habe jetzt hier Geheimer Garten, weil man da theoretisch einen Stack bekommen kann von dem Effekt, um nochmal ein bisschen Fähigkeitsschaden zu haben. Aber letztendlich ist die Waffe fast egal. Sucht euch eine Waffe, womit ihr dann einen schönen Reaktor farmen könnt. Aber die ist jetzt nicht so unfassbar essentiell. Da könnt ihr natürlich auch ein bisschen Variety reinbringen. Es gibt dieses coole Feuer-LMG, was ihr nehmen könnt. Oder ihr nehmt die neue Friedensstifterwaffe oder so. Ich habe jetzt hier Geheimer Garten drin, weil ich A den Reaktor dafür habe, den gab es in der Woche relativ easy zu farmen. Und es mit der Fähigkeit eventuell ein Stack mit der Tech-Fertigkeit gibt. Aber wichtig ist, dass ihr hier scharfer Präzisionsschuss drin habt, weil ihr dann, wenn ihr Schuss gedrückt haltet, immer mehr Feuerrate bekommt und somit mehr Kugeln schießen könnt. Der Rest ist dann relativ irrelevant. Nimm dir einfach das, worauf ihr gerade Bock habt. Aber das muss auf jeden Fall auf eure Waffe drauf sein. Dann können wir eigentlich auch direkt in die Analyse gehen von dem Charakter. Ganz wichtig ist natürlich ein Brandmechanik-Reaktor mit Feuerfertigkeitsstärke und Tech-Fertigkeitsstärke. Und für eure Waffe dann, ich habe jetzt hier wie gesagt den Geheimgarten. Und dann ganz, ganz wichtig würde ich euch raten, unten auf jeden Fall Crit-Schaden drauf zu haben. Und dann entweder Fertigkeitsstärke für Feuer, Fertigkeitsstärke für Tech oder Stärke gegen Kolosse. Umso mehr Gelb, umso gelber das ist, umso besser natürlich, umso höher die Werte sind, umso besser. Crit-Rate braucht ihr nicht unbedingt. Die Crit-Rate ist jetzt gerade bei 46%. Selbst wenn ihr da nochmal 10% rausholt, das wäre meiner Meinung nach verschenkt. Wenn ihr hier jeden zweiten Hit kritet, dann reicht das schon. Wichtig ist da wirklich eher Crit-Schaden und dann nochmal entweder Feuer- oder Tech-Stärke reinzumachen. Dann das ganze Metzler-Set ist so ähnlich wie gestern beim Walby-Bild. Das Metzler-Set macht nochmal 26% mehr Fertigkeitsstärke. Und dann auch hier wieder ganz wichtig, Max-MP. Das heißt, wenn ihr den Walby-Bild gebaut habt oder bauen wollt, dann könnt ihr das ganze Set genauso wie ihr es auf Walby spielt, dann auch genauso auf Ultimate Lepic spielen. Und dann kommen wir zum Herzstück, zu den Modulen. Das Gute an Ultimate Lepic, den müsst ihr nur 4- oder 5-mal zurücksetzen. 4 Sachen hat er ja automatisch und ich habe ihn jetzt hier 4-mal zurückgesetzt. Mit einem 5. Mal wird er nicht stärker, sondern ihr könnt da nur noch ein bisschen mehr Live reinbringen. Das würde dann auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr hier nicht nur 5.000 Leben habt, sondern vielleicht so auf die 10.000 kommt, da wo ihr immer hinwollt. Und dann, wie gesagt, dieses rote Modul, das ist essentiell. Luftmanöver habe ich hier drin, wie immer. Hier könnt ihr natürlich wieder auch ein Prestige-Level drauf machen. Dann habt ihr hier 15 Modulkapazität. Dann ganz wichtig, Tech-Spezialist und Tech-Experte. Das wird nochmal vielleicht in einem anderen Video von mir erklärt, aber wenn ihr euch manchmal wundert, wieso geht dann Tech-Experte und Tech-Spezialist, aber jetzt nicht zusätzlich noch der Feuerspezialist. Das liegt einfach an dem Tech. Unter Tech-Experte steht selten und darunter Kampf. Und man kann nicht zweimal den gleichen Tech in einem Bild spielen. Deswegen habe ich hier Tech-Experte, das hat den Tech Kampf. Und hier Tech-Spezialist, das hat den Tech Angriff. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Tech-Fokus guckt, da hat man auch den Tech Angriff. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auf Feuer guckt, das hat auch den Tech Kampf. Und das ist dann immer der Grund, wieso ihr manche Sachen nicht doppelt machen könnt. Und manche Sachen halt schon einfach mal so am Rande. Dann ganz wichtig, Erleuchtung, weil mehr MP lässt euch öfter schießen. Ganz, ganz wichtig. Dasselbe natürlich auch für die Dauer. Umso länger die Ult funktioniert, umso öfter könnt ihr schießen. Das sind also zwei sehr essentielle Dinge. Dann Crit, die ganzen Crit-Sachen. Crit-Rate. Den Crit-Schaden habe ich noch nicht mal drin, der würde noch reinkommen. Notfallmaßnahmen und Frontlinien für Crit. Crit-Konditionskampf für mehr Leben und MP-Beschleuniger für noch mal mehr Dauer und noch mal mehr MP. Ich würde hier dann entweder auf Leben gehen oder auf Crit-Schaden mit der Fertigkeit, Konzentration, um noch mal mehr Crit-Schaden reinzubekommen. Also noch einmal öfter, vielleicht sogar zweimal noch hochleveln, um hier den Crit-Schaden auch reinzukriegen. Dann kriegt ihr am Ende noch mal 100% mehr Crit-Schaden. Das macht dann noch mal viel mehr Schaden. Müsste ich also auf jeden Fall noch einmal Prestigen hier den Ultimate-Lepic. Dann noch ganz wichtig, wo ihr Ultimate-Lepic am einfachsten leveln könnt. Das ist in Hagios. Da gibt es einen Feuerturm. Den könnt ihr bespielen mit Ultimate-Lepic. Und dort relativ schnell leveln. Einmal der Ultimate-Turm gibt so um die 26.000 Erfahrung. Und insgesamt braucht man eine 1,8 Billionen bis zu Level 40. Könnt ihr euch dann selber ausrechnen, wie ihr auf den Turm machen müsst, um dann aufs Max-Level zu kommen. Aber das geht gerade wenn ihr zu zweit seid, eigentlich am schnellsten. Wenn ihr einen Kollegen habt oder aus dem Discord jemanden kennt, der vielleicht mit Bunny oder mit Viesa oder mit Walby spielt. Dann kann einer die eine Seite übernehmen, der andere die andere Seite. Und gerade als Ultimate-Lepic könnt ihr hier natürlich auch die Ultimate-Waffe nutzen. Und hier einfach beide Seiten immer abschießen. Und ja, so ganz viel Erfahrung bekommen. Und ja, das ist eigentlich alles zu Ultimate-Lepic. Das ist eigentlich ein relativ simpler Bild, wenn ihr mich fragt. Weil der nicht so viel Voraussetzungen hat. Ihr müsst nur zwei Attacken drücken. Die müsst ihr dann... Und ihr müsst nicht mal gut treffen. Das geht ultra weit. Ihr müsst also nicht nah am Boss sein oder so. Ist eine relativ chillige Sache meiner Meinung nach. Wenn ihr einen super soliden Boss-Killer haben wollt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr chilliger Build. Ultimate-Lepic zu farmen ist auch sehr easy. Ihr kauft den bloß nicht. Das ist mit dem Abstand der einfachste Ultimate-Charakter, den ihr aktuell im Spiel farmen könnt. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr Ultimate-Lepic schon spielt. Oder vielleicht jetzt überlegt, euch Ultimate-Lepic zu holen. Falls ihr noch wissen wollt, wo es das rote Modul gibt. Das gibt es beim Verhinderer, einer der End-Bosse. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Follower auf den Kanal freuen. Sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.